Ho, 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 hallo YouTube und wir öffnen Türchen Nummer 16 und das muss jetzt schnell gehen, denn ich bin eigentlich, ich habe heute 5 gerade im Kasten gehabt, das schneide ich dann heute Nacht irgendwann und auch dieses Türchen werde ich dann heute Nacht irgendwann schneiden. Wir haben Montag, wir haben den Start in eine neue Woche, diese Woche kommt Star Wars, ich bin schon so gehypt. Nein, das Türchen hat jetzt hier nichts mit Star Wars zu tun, einfach nur Vorsätze fürs neue Jahr für den Start in eine neue Woche. Es sind nochmal zwei Xiaomi-Bänder hier im Kasten und ich glaube, mich letztens hat dann auch noch jemand gefragt, warum nutze ich das Ding und nicht eine Apple Watch? Ich finde die Apple Watch gar keine Frage, ich finde sie toll, ich vermisse bei der Apple Watch das Schlaftracking und ich finde es nervend, sie eigentlich alle zwei Tage irgendwie dann doch mal aufladen zu müssen. Und wenn ich mir dann das einfach so vom normalen Umfang angucke, aktuell, naja, selbst wenn es der Originalpreis von 40 Euro bei Mi-Bändern ist, obwohl man die inzwischen auch für Richtung 20, 25 bekommt und eine Apple Watch dann, je nachdem wie man rechnet, das 10- bis 20-fache kostet. Und eine Apple Watch natürlich viel, viel, viel toller, geiler und schöner ist. Ja, aber es sind halt immer folgende Sachen des Preis-Leistungs-Verhältnisses, die mir dann oft wieder das Grinsen ins Gesicht treiben und wo ich sage, allein ich bin ja jemand, ich lege das Ding nie ab. Und auch eine Uhr, wenn ich mal dann wieder eine trage, dann trage ich die durch. Es sei denn, je nach, dann auch beim Duschen, dann nehme ich sie dann doch ab, aber ich trage sowas dann auch immer nachts gerne. Und bei einer Apple Watch, wenn man die halt nicht durch, irgendwann muss man sie allein für den Akku dann wieder laden. Und das finde ich dann so ein bisschen schade und Preis-Leistungs-Mäßig ist es toll, das ist das Gleiche, was ich bei den iPads sage. Natürlich ist mein 11er Pro supi-dupi-dupi, aber das normale iPad, wenn man es für 300 Euro bekommt und das ist ja der regelmäßige Angebotspreis, egal wer welchen Händler, dann stehe ich da und grinse und freue mich einfach. So, und deswegen trage ich auch die bei den Xiaomi-Bändern oder A, weil ich die Xiaomi-Bänder ja seit Ewigkeiten immer getragen habe, 4, 4S, äh 1, 1, S, 2, 3 und jetzt 4, weil ich sie einfach mag. Und deswegen ist das halt eins von den Dingern, die ich echt gerne, gerne, gerne immer weitergebe. Das heißt, ich habe es ja gerade hochgehalten, heute sind wieder 2 drin, bedeutet 2 bekommen jeweils 1. Ich habe ein Erklär-Bei-Video gemacht, wie das Ganze funktioniert, blende ich hier ein. Ansonsten ist unten in der Videobeschreibung der Link zum Blog-Beitrag für die Teilnahme und da steht dann auch nochmal drin, die wichtigsten Sachen, wie das Ganze hier abläuft. So, und das soll es gewesen sein und jetzt muss ich zu einer privaten Weihnachtsfeier und habe irgendwo noch ein Wichtelgeschenk. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!